Wie Sinus und Tangens spielt auch der Kosinus bei der Berechnung von Dreiecken eine große Rolle. Bei der Geländevermessung zum Beispiel gehört er zum Einmaleins der Ingenieure. In der reinen Mathematik ist der Kosinus eine der wichtigsten trigonometrischen Funktionen. Ein Grund, mit ihm lassen sich Beziehungen herstellen, und zwar zwischen Winkeln und Seiten eines Dreiecks. Um das theoretische Handwerkszeug hierfür näher zu erklären, werfen wir einen Blick auf das rechtwinklige Dreieck mit den Seiten A, B und C. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Die Name derzeit in der ersten